und willkommen zurück in der fünften aufnahme von warfanda und zwar immer noch bei den chinesen und die brauchen immer so lang oder den japanern keine ahnung auf jeden fall waren wir hatten wir nur noch ein flugzeug weil ich das andere zerstört habe weil ich mag diese drei flugzeuge sind vielleicht cool für stanz und so aber zu fliegen viel zu langsam 300 eine blend heim es ist ja auch schon 17 uhr habe ich da jetzt gerade schüsse gesehen man sagt mir jetzt nicht die juda oben die greift mich an von da oben und trifft mich dann auch noch ich würde lachen und heulen gleichzeitig da hinten ist eine lande das ist unsere landebahn das waren die bei unserer landebahn hallo hallo ich nicht so nett das ist nicht so nett hat die fresse ich habe vergessen zu stellen und auszumachen so an teilweise gestellt da sollte ich das machen oder sollte ich das nicht machen nein ich mach das nicht ich werfe sie lieber über dem ozean ab ich brauche die bomben eigentlich nie blenheim blenheim schwerfällig tot super habe ich mich gerade eingestellt ihn zu töten und dann weiß ich ich möchte dass die runde jetzt mal beendet wird weil ich ein problem damit habe diese runde die ganze zeit ja wir verlieren so oder so kommen ich versuche jetzt mal zu landen ich land jetzt und warte darauf dass unsere klappen keine programm ich gar nichts geht ich im krieg nicht so gut wenn man nichts hat um sich um zu landen zu können sanft anti-match miau drittes bedürfnis zu sterben okay wir müssen uns dann beeilen jetzt gleich kommt okay ja überspringen ja okay warte ich habe für die 17 raketen jetzt okay cool erst immer waffen aufbessern habe ich herausgefunden lässt die engländer da habe ich schon eine hurricane die engländer habe ich so wenig gespielt so verdammt wenig boomerang mk2 was biblisch ist boomerang mk1 ach so da ja okay das ist ja mal cool mit mediterranen eisland okay okay ach dieses ach nee ich werde dann glaube ich für die engländer weil die in engländer oder werde ich da werde ich schnell ich mag die engländischen flugzeuge überhaupt nicht überhaupt nicht mag ich die total mag ich die nicht einzige was ich bei den mark ist sind die fetten flugzeuge ich werde mal jetzt schon mal runter gehen weil ich angst das war eine doofe idee das war eine sehr doofe idee das das war knapp das wär knapp was für waffen habe ich jetzt ein ähm ich hab ich schätze dass das acht sind hab ich jetzt geschätzt ne oh da kommt schon einer eine f2a f2a buffalo und ich hab sie noch gekriegt mit einem toten flugzeug gut okay das erste flugzeug wäre schon mal weg jetzt kommen die flug ah nee ich mach immer die nimrod zuerst naja jetzt geht doch an ähm weil keine ahnung auf der auf der insel bin ich noch nie mit den engländern geflogen deswegen habe ich ein bisschen probleme jetzt grad so damit kann ich doch gut kämpfen ihr seht null und versuch damit zu jetzt zu kämpfen ne fury komm her dich krieg ich du kleine sau fury mk2 oh das war ein feiler fuhre sieh guck mal wie die unter beschuss steht die kleine fury drei flugzeuge und drei boden boden leute halt das ist dat dat ist dem sein untergang und deswegen dreh ich ab da brauchen nicht tausende von Leute dort sein, um den zu töten. Das wäre ja dann auch ein bisschen assi. Entweder ein fairer Kampf oder ein unfairer Kampf. Und ich bin immer für fair. Und das wird jetzt ein unfairer Kampf. Noch nicht mehr gekriegt? Ach, Manu. Okay, Fury, MK1. Ich habe nur noch die zwei und dann war es das schon mit England. Und ich habe noch... Wie viele Minuten habe ich noch? Neun Minuten, also das wird locker reichen. Das war sogar ein bisschen zu viel Zeit jetzt für die Engländer. So. Hier nehmen wir den Rast, der. Ach, Deutsch ist der nicht. Rat ich jetzt mal. Wenn der doch Deutsch ist, dann war er ja nie im Deutschunterricht anscheinend. Äh, nein, das ist auf jeden Fall nicht Deutsch. Ich verstehe da kein Wort. Manu. Manu-el. Manu-el. Aha. Aha. Erstmal das Flugzeug zerstören. Was ist ne... Fetch-Buffalo, oh fuck. Ich hasse die Fetch-Buffalos. Die sind so schnell... Aber so unkontrollierbar. So, ähm, wenn es ein bisschen laut ist, das werde ich ja dann nachher beim Schneiden merken, dann werde ich das runter regulieren. Nein! Ich hätte den noch kriegen... Oh fuck. Auffassen. Nicht meinen Kollegen in den Weg kommen, sonst bin ich das Arscheloch. Das Gearscheloch. Das Gearscheloch. Ja, dies war... Das war auch nicht Deutsch. Okay, ähm... Ich versuche jetzt mal, den P-Shooter zu töten. Ich mag die P-Shooter nicht. Davon gibt's so viele. Ja, okay, das ist bei den Amerikanern das allererste Flugzeug. Und das Beste von denen, finde ich. Also, von der Wendezeit ist der P-Shooter am besten. Flugzeug zerstört. Ihr kriegt ernsthaft keine Fetch? Guckt mal, wie viele dem jetzt hinterherfliegen. Abschlusshilfe mal drei. Und jetzt noch den Hawk. Ah, Kacke. Oh, Kacke. Da hat er sich die falschen Leute ausgesucht zum Töten. Wow. Ich dreh ab. Das ist auch ein bisschen assi. gewesen jetzt gerade von der Person hinter mir. Dass sie einfach auf mich drauf schießt, nur weil ich da hier versuche, den zu töten. Also, das... 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 Solche Leute checken es einfach nicht. Aber egal. Egal. So... So... Tod. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Free MK1 gegen MK1, oder? MK1. Habe ich jetzt gerade eine MK1 und eine MK2? Ich kann das so schwer... Flugzeug zerstört. Oh, das war knapp. Shadowstrike. Den habe ich dem Sandflügel kaputt gemacht. Und meinen mit. Na, komm. Ich werde jetzt sowas von sterben. Hier sind so viele Flugzeuge. Ich werde sowas von... Ich werde landen. Ich gehe... Ich gehe jetzt in Landemodus, ne? Hat der Klappen? Keine Klappen. Ist mir jetzt so egal. Ich werde jetzt einfach weiterschießen. Jetzt Mutter wieder an. Ja. Komm. Flieg. Flieg. I believe I can fly. Nein. Geht denn doch nicht. Habe ich jetzt noch ein Flugzeug? Ja, ich habe noch ein Flugzeug. Ich hatte gerade die MK1. Ich bin jetzt die MK2. Also MK1 gegen MK1. So. Ähm. Propeller aus. Nein, nur Propeller ist ausgefällt. So. Motorschaden war verherdigt. Ver... 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 Vier Minuten noch. Was werden wir sowas von jetzt schaffen? Zu sterben. Äh. P26. Okay. Komm her. Die zu töten ist eigentlich theoretisch leicht. Aber auch manchmal sogar schwierig. Wenn man mit dem Flieger umgehen kann, ist es schwierig, sich zu töten. Okay. 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 Komm her. Habe ich dir... Ich habe mir jetzt den Flügel kaputt gemacht. Ich bin sowas von tot. Ich habe nur noch einen Querruder. Rudat. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Doch nicht. Nimrod. Aber jedenfalls habe ich jetzt viele Punkte. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe es doch gecheckt. Ich sterbe. Oder auch nicht. Oh, 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 oh. Da sind mir meine Beine. O-O-Su. Von der O-Su. Von der O-Su. Wo ist die O-Su? Ich will die O-Su sehen. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will sehen. Ich sehe hier keine O-Su. Sie hat doch auch abgeschmiert. Hallo? Okay. Das war England. Und wir haben es nicht geschafft, fertig zu werden. Also dann bis zur nächsten Folge. Mit den anderen... den letzten mit den Leuten hier und da wir auch ein bisschen gekämpft abgab sind die Japaner dann sind das die Chinesen okay um ja die haben überall blutig rote Kreise ja das sind die das sind die und was ist das das ist die Kamera oder so keine Ahnung also bis zur nächsten Folge Ciao